Anime ist meine Kindheit. Anime ist Nostalgie und Neugierde. Anime ist vielschichtig. Mal philosophisch, mal profan, mal entwaffnend süß, mal erschreckend schonungslos und ab und zu ganz schön grotesk. Anime ist magisch. Anime ist Kinozauber. Anime ist kontroverse Kunst und leider noch immer sehr klischee behaftet. Anime ist mein täglich Brot. Meine Motivation. Mein Hobby. Meine Leidenschaft. Mein Job. Anime ist